hier funktioniert es nicht okay ich kann hier kein foto machen pech gehabt geht nicht dann glaube ich tatsächlich ist es einfach nur noch pingenäher da müssen wir mit einer möbel außer wir können jetzt noch schnell mit dem flugzeug hin neuerdings wo war das eigentlich das hier war das glaube ich nein hier war das nicht es war da recht hier ist pingenäher und wir kommen da aber nicht mit dem flugzeug hin schade so wie kommen wir da jetzt hin welche vögel gibt es welche vögel gibt es wo hier nicht mir fallen tatsächlich nur zwei fügel gerade ein der eine ist hier unten ich kann hier übrigens kein foto machen was mich gerade mal interessieren würde könnte ich hier ein foto machen nein halt nein möchte ich gar nicht rein aber auch hier geht kein foto über die leise da möchte die brücke da möchte ich hier ist die otto war ja hier war ja auch irgendwo eine möbel genau so ich hoffe das ist die richtige ansonsten bringt jetzt uns jetzt nach australien wo fliegst du hin die fliegt immer geradeaus ich glaube sie bringt uns daraus ein grön land da hat die richtige welch ein glück so es geht nicht okay wo müssen wir dann macht fotos machen hier geht es auch nicht sonst ist hier nichts okay von was müssen wir noch Fotos machen wir haben noch so eigentlich jetzt jede stadt und die ist dorf die nomadenvölke haben wir noch nicht die könnten wir noch machen das sind glaube ich drei stück und ansonsten vielleicht die kleinen aber stück kommt vielleicht noch nicht vielleicht zählt das auch ist mir dann doch noch hin vielleicht die schlösser ich weiß es nicht so was gibt es hier gibt es eigentlich sonst nichts hier gibt es eigentlich sonst nichts weil wir nach dem die schlösser noch mal wir nach den in müssen wir vielleicht hier bei dem paradies der vögel beim sanktum ein foto machen Nein, ich hebe mal da hoch Vielleicht müssen wir oben bei den Königsfügeln Fotos machen Nein Nein Gut, das nicht Was dann? Ich habe es auch gerade versucht, da hat es nicht geklappt Sie haben wir schon Hier ist sonst nichts mehr Hm Ja, dann würden mir tatsächlich nur die Nomadenstämme einfallen Und die sind, wenn ich mich nicht täusche Hauptsächlich in Amerika Äh, in Eurasien, also nicht hier Vielleicht auch den Surfits So, dann gehen wir jetzt erstes Mal Oder vielleicht auch von den Häfen Nein Hier nicht Hier im Hafen auch nicht Wie wäre es hier? Nein, funktioniert nicht Hä? Die Schlösser vielleicht? Nein Den Zoll? Nein Vielleicht in Loire Die zweite Second Avenue Die New Hier haben wir ein Foto gemacht Okay Und noch ein Foto Vielleicht hier im Schloss Nein In Lasa ging es nicht Ja, dann würde ich jetzt nach Storkholm gehen Ja, vielleicht hier noch Nein Da bleibt mir ja nur noch Storkholm Und sonst Wo, wo sonst? Wow Das ist heftig Hä? Ich weiß den Weg leider nicht mehr Okay Geradeaus ist falsch Oder? Das ist hier was anderes Schon wieder anders Kann es ja, dass ich jetzt immer nur noch geradeaus gehen muss? Äh Hey So Halt, da bin ich gerade Geradeaus Können wir jetzt einfach mal nach links? Das war falsch Hm Hier bin ich auch gerade nach links Jetzt gehe ich hier mal nach rechts Ich Leg mal kurz die Hemis Glocke an Die Hemis Glocke läutet Und jetzt? Läutet sie nicht Ach, lassen wir jetzt. Halt, da sind wir gerade nach oben. Gehen wir mal nach links. Nein. So, also hier hoch und da hoch. Dann müssen wir jetzt hier wieder nach rechts. Ja. Und jetzt hoch. Ah, das hatten wir vorhin aber auch. Das heißt, wir hätten ohne die Hermesbrücke hier gar nicht mehr hingekommen. Äh, Hermesglocke. Schade, dass die Brücke immer noch kaputt ist. Wir müssen so den ganzen Weg wieder gehen. Außen rum. Okay. So, dann hier runter. Das ist ja noch ein Wolf. So, Aua. Aua. So, dann hier entlang. Super. Ähm. Da entlang. Hier entlang. Ah, hier rechts. So, wieder Brücke. So, wir haben irgendwas. Das würde ich gerne wegmachen wollen. Gegengift gekaut. Vergiftung ist geheilt. Super. Hey. Level 32 erreicht. Kraftpunkte steigen um 32. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 3. Glück steigt um 3. Super. So, wo geht's jetzt weiter? Ich glaube hier. So, wer mir weh tut, bezahlt mit seinem Leben. So, da endlich. Diese Brücke ist im Takt. Storkholm. Es funktioniert nicht. Aber, wir schauen mal nach Melina. Vielleicht ist sie ja noch hier. Nein. Hier auch nicht. Hier ist sie. Brief auswählen. Brief auswählen. Vielleicht ist es ja doch für sie. Nein. Also, wir konnten... Ich kann die Äpfel nicht essen. Ziemlich blöd. Von was müssen wir dann Fotos machen? Wir haben doch jetzt von allen Fotos gemacht. Ey. Als ich hier in Storkholm komme, kommen wir definitiv nicht weiter. Halt, ne. Ich muss ja hier hoch. So. Dann hier runter, glaube ich. Genau. Ich hätte gerne einen direkten Gang endlich, dass die Brücke mal repariert ist. Aber naja. Hier ist eine Sackgasse. Hier geht's weiter. Aua. Dafür stirbt er. Hier geht's nicht weiter. Dann hätte ich da runter müssen. Ja. So. Wo gibt es nur weiter? Aua. Aua. Nein, ich glaube hier entlang, oder? Hm. Hier rein? Ja. Ich glaube jetzt haben wir es geschafft. Brücke. Super. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch und was? Alles. So, einfach irgendwo nur runter. Und schon sind wir im Ausgang. So, vielleicht müssen wir vom Festerwald an sich ein Bild machen. Haben wir die Kamera wieder ausgerüstet? Nein. Nein, es funktioniert nicht. Von was dann? Wovon fehlen die Bilder noch? Was haben wir hier?